Ich forsche im Bereich der Fertigungstechnik mit Fokus auf Umformtechnik, das heißt der Frage, wie man aus verschiedenen Werkstoffen funktionsfähige Bauteile und Baugruppen herstellen kann. Ein Umformprozess basiert auf der Fähigkeit eines Metalles zu plastifizieren, das heißt, wenn sie eine Kraft aufbringen, dann erfährt dieses Halbzeug, meinetwegen das Blech, eine bleibende Formänderung. Definitiv begeistert mich an Fertigungstechnik und Umformtechnik die Relevanz. Es ist aus meiner Sicht die älteste Technologie der Menschheit. Heute können wir die Umformtechnik nutzen, um Produkte eben über ein ganzes Spektrum von Anwendungen hinweg zu produzieren. Produzieren 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 kho � Oh